Und Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Gamebook-Fan. Ja, ich wurde nominiert für die ARS Ice Bucket Challenge von Kenny. Danke nochmal dafür, Kenny. Grüße zurück an dich. Und ja, erstmal kommen wir zu meinen Nominierungen. Und zwar, hab ich aufgeschrieben, wunderbar, ne? Ich werde als erstes nominieren den Henry Ernst, den Steffen Hatzel und auch noch Lanoa Sakura. Ja, ihr dürft auch alle mitmachen innerhalb von 4-2 Stunden. Er hat auch so ein schönes Video gemacht, mehr als ich. Natürlich werde ich dann auch für die ARS-Forschung entspenden. Und zwar 50 Euro. Ich fand die viel, aber ich denke, damit komme ich schon einen Schritt weiter. So, und jetzt darf ich mir auch so wieder einer hier, er ist schon top vorbereitet in der Fernse. Der hat die Brille abnimmt. Ich habe die Brille auf der Kamera drauf. Logo. Wunderbar. Von vorne oder von hinten? Oh? Jo. Ja, mach mal so, genau. Und die Badewanne immer eingesaugt alle. Ach, scheiße. Ich bin dir auf die Ringe. Ich bin dir auf. Ja, ich bin dir auf die Ringe. Aber du hast dich. Vielen Dank.